Was erwarten Sie sich denn von der K2013? Von der K2013, wie jedes Jahr, wird es einen unheimlichen Schub in der Industrie geben. Wir sind sehr zuversichtlich, dass der etwas verhaltene Markt in Europa wiederkommt. Auf der anderen Seite ist das eine internationale Show, wo wir sehr viele auch Interessenten von Nordamerika, Südamerika haben, auch Asien. Und von der Seite wird das Impulse geben, die nicht nur auf Europa beschränkt sind, sondern weltweit. Wir versprechen uns aufgrund einer sehr guten Projektliste, dass wir auf der K-Messe Aufträge konkret abschließen können. Welche Innovationen bringen Sie denn mit? Also die Innovationen konzentrieren sich sehr stark auf das Wert-Preis-Verhältnis, wo wir also die Themen wie Ausstoß natürlich ganz massiv in den Vordergrund stehen. Und Sie haben ja auch gesehen, nicht nur durch eine VDMA-Initiative der Blue Competence, dass auch Energieeinsparungen, Wassereinsparungen, Materialeinsparungen im Vordergrund stehen. Insofern konzentrieren sich sehr stark unsere Entwicklungen auf dieses Feld und entsprechend wird das auch im Vordergrund auf der K-Messe stehen.